Ein Volkswagen Passat ist hier zum Verkauf angeboten. Die schwarze Limousine ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 80.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2011. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 122 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017